Sie zum Top-Performer werden. Die Reise ist noch nicht zu enden. Völlig klar, das ist ein sehr, sehr vieles Marketing, auch im B2B. Was macht Arbeiten bei Darmatrix so besonders? An dieser Stelle könnte ich die zahlreichen Benefits aufzählen, die wir selbstverständlich haben. Wie zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle. Oder aber auch natürlich die Möglichkeit, remote zu arbeiten, inklusive Vocation. Also das heißt die Möglichkeit, die Urlaube zu verlängern. Wir haben natürlich auch den Ops-Corp, den obligatorischen, den man auf gar keinen Fall als guter Recruiter nennen kann, denn er ist eine Selbstverständlichkeit. Was nicht selbstverständlich ist, ist eine erfüllende Tätigkeit. Und die ist bei uns gegeben. Denn alle unsere Mitarbeitenden, sei es im Consulting, sei es im Support oder in der Softwareentwicklung, machen für unsere Kunden einen Unterschied. Das heißt, alle unsere Tätigkeiten und Rollen tragen dazu bei, unsere Kunden erfolgreicher zu machen und das Marketing und die Kundenansprache der Zukunft zu gestalten. Und wenn man diesen Unterschied gemacht hat und wirklich Gestaltungsspielraum erlebt hat, dann ist es umso schöner, wenn man diesen Erfolg bei unseren zahlreichen Firmenfeiern auch genießen kann. Denn dann hat man alles richtig gemacht.